ganz kurz info ich bin gleich live wenn das update fertig geladen ist ja würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr dabei seid wir machen abo zocken irgendwie neue neue mini games soll es geben das machen wir natürlich und irgendwie noch ein anderer neuer modus und irgendein pümpelbogen oder so ich lasse mich einfach mal überraschen dann sehen wir uns gleich ein stream